Ui, 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 ja, ich begrüße euch zum nächsten Trailerchen. Ich glaube, berechtigterweise habe ich mir jetzt das hier als Titelbild gewählt mit dem Messer zum Amt, zum Motiv des Mörders von Illa Kirchberg. Geht natürlich, wisst ihr ja, nicht nur darum, aber das ist, glaube ich, jetzt hier das High bzw. Lowlight. Und ich habe es jetzt hier auch nochmal so betitelt, wenn das alles nicht schon widerlich, brutal abartig genug wäre. Die Anklageschrift ist in meinen Augen ein Skandal. Ich denke auch in euren, muss ich halt auch wieder raushauen. Furchtbar, 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 furchtbar. Nun gut, könnt ihr dann wieder gerne anschauen bei VK, Bitschut, Odyssey oder Rumble. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.